Einen recht schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Ihnen meinen fünften Wachau-Krimi Dürnsteiner Himmelfahrt hier vorstellen kann, den Sie übrigens bei morava.at oder im Geschäft hier in der Voltseile käuflich erwerben können. Ich habe mich bemüht, in diesem Krimi sehr viel Lokalkolorit hineinzuverpacken, eine sehr spannende Geschichte zu erzählen und interessante, schrullige Figuren darzustellen. Unter anderem eine pensionierte Dürnsteiner Gemeindesekretärin, deren größtes Vergnügen es ist, die Beichtgewohnheiten ihrer Mitbewohner in Dürnstein zu protokollieren, im Geheimen einen sehr dummen, aber ungeheuer eifrigen Inspektor der Kremser Polizei, einen Landespolizeidirektor, der unter seiner Frau leidet und natürlich einen Landeshauptmann, der mitmischt in allen meinen Krimis. Selbstverständlich können nicht fehlen die beiden Chefermittler, die Chefin der Mordkommission und ihr getreuer Stellvertreter. Wenn Sie es lesen, würde mich wundern, wenn Sie nicht zur Meinung kämen, dass es ein ganz exzellenter Krimi geworden ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.